Hallo. Hi. Na, wie geht es euch? Mir geht es ja super gut. Jetzt geht es endlich wieder los. Mir war die Pause ja viel, viel zu lang schon wieder. Ich habe mir gerade in Luxemburg hier neue Schuhe gekauft, nachdem meine alten Bühnenschuhe am Summer Breeze verloren gegangen sind. Jetzt habe ich neue. Muss ich noch einfadeln. Und für euch gibt es auch viel Neues. Erstens gibt es natürlich jetzt ganz viele neue Konzerte. Jetzt sind wir gleich in Luxemburg. Nächste Woche Österreich. Termine müssen wir jetzt nicht aufzählen. JBO.de, ihr wisst Bescheid. Und ab 4.12. Killertour in Deutschland. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe schon Sehnsucht nach euch gehabt. Jetzt sehen wir uns endlich wieder. Und neue T-Shirts haben wir, oder? Wir haben natürlich die Killershirts mit dabei. Vielleicht ziehen wir sie auch mal an. Vielleicht. Sind auf jeden Fall super schick. Auch ein super schönes Geschenk für die Oma an Weihnachten jetzt. Weihnachten steht ja auch ins Haus. Und das letzte Konzertatur ist am 18.12. Das ist ja eigentlich kurz vor Weihnachten. Das stimmt. Dann können wir euch noch schön zum Fest der Liebe eine dichte Rübe wünschen, wenn ihr da alle im Fest hinkommt. Und würde ich sagen, kommt zahlreich. Ihr Kinderlein kommt. Ich freue mich auf euch. Ihr Killerlein. Ihr Killerlein kommt. Okay, lebt doch all. Also ähnlich. Tschüss. Ciao.